Wiener sind viele Flüchtlinge auf den Booten, trotzdem wenig Medienberichterstattung. Wenig Berichterstattung führt zu wenige Spenden. Das Thema wird nicht mehr aktuell, ist aber aktueller denn je. Die Menschen haben keinerlei Hoffnung, in ihre Länder zurückzukehren. Die weltweiten News über Terror schaden diesen unschuldigen Menschen, eine Großzahl davon Kinder. Zudem spitze die Situation in vielen Camps zu. Die Finanzreserven vieler auch grosser Organisationen sind aufgebraucht, da sie nicht mit so langer Einschätzung gerechnet haben. Immer wieder müssen kleine Organisationen wie Vodafee in die Linke springen. So zum Beispiel, wenn es zu wenig Windeln, Babykeiden, Babynahrung hat, wenn es zu wenig Wasser hat. Deswegen sind wir unendlich dankbar, wenn sie gerade jetzt an uns denken und uns in dieser verspellenden, schwierigen Zeit unterstützen. Aber ich werde das ausprobieren, ich werde das ausprobieren und an uns声en werden. Aber ich werde das ausprobieren und ausprobieren. So zum Beispiel, wenn wir die Arme, das in Rundlein sind, Vielen Dank.